Heute nochmal aus dem Choreum, aus dem wunderschönen Stockstadt, schon zu später Stunde. Ich glaube, jetzt haben wir es, was haben wir es, 8 Uhr oder was? Heute haben wir mal Gäste da, ich sage mal, da, wo es richtig knallt. Ich habe Eddie kennengelernt bei der ersten Sprengung und da habe ich auch, wenn ich gerade mal darüber nachdenke, das erste Interview mit ihm für irgendein drittes oder drittes, viertes Fernsehen geführt, war mega abgefahren. Aber was noch viel, viel abgefahrener ist, dass er heute seine liebe Frau, die Elena, dabei hat und bin auf ihre Geschichte gespannt, weil, ja, das ist so, ich sage mal, das Thema, was uns leider noch in der Abbruchbranche fehlt, da ist eine Frau am Start und ja, ich werde euch jetzt mal beide vorstellen oder es dürfen sich beide vorstellen, die liebe Elena und der liebe Eddie. Und ja, da gebe ich mal rüber zur lieben Elena und sage mal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, freut mich tierisch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Danke. Ja, ich heiße Elena, ich bin 49 Jahre alt, dieses Jahr werde ich schon 50 und ich finde, das für etwas Neues zu lernen, was dir Spaß macht, nie zu spät. Sehr schön. Dann machen wir mit deinem lieben Mann weiter. Ich meine, der eine oder andere aus der Branche kennt ihn, aber wir möchten ja auch quasi dem Laien draußen zeigen oder unserem auch quasi, ich habe ja erzählt, jetzt haben wir jemanden dabei, wo es knallt, er ist quasi aus der Sprengbranche, also Sprengmeister, der macht das schon ganz gut. Also wir hatten ihn auch schon dabei an Bord und ist ein cooler Typ und ist auch, was ich im letzten Video schon mal erwähnt hatte, dass bei uns in der Abrufbranche wirklich so die Chefs auch wirklich, die Eigentümer, die Geschäftsführer auch wirklich mit an der Basis sind. Und da ist der Eddie aus meiner Sicht halt auch genau so ein Typ und ja, dann darf der Eddie sich mal gerne vorstellen. Hallo lieber Eddie. Ja, danke schön für die Anmoderation. Mein Name ist Eduard Reisch, ich bin Gesellschaften der Geschäftsführer der Reisch Sprengtechnik GmbH und seit mittlerweile fast 40 Jahren international tätig in der Sprengtechnik. Ja, ich bewege mich schon langsam aufs Rentenalten dazu, fühle mich aber noch entsprechend rüstig. Ja, und wir sind natürlich wie alle Betriebe im Mittelstand auf der Suche nach Fachkräften. Ja, großer Appell an alle interessierten Jugendlichen, Frauen, Männer, wie auch immer, die Interesse haben. Ich kann euch sagen, es ist wirklich, es ist ein geiler Job, der macht wirklich Spaß und es sind extrem spannende Projekte, die wir jetzt für die Zukunft vor der Brust haben. Und es würde mich wirklich freuen, wenn entsprechende Leute da wären, die wo einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, ich hätte Bock auf den Job und ich will hier mal mit einsteigen. Das hast du sehr schön gesagt. Also ihr wisst ja, ihr könnt unter www.deutscher-abbruchverband.de einfach auf die Homepage gehen. Da findet ihr auf der Startseite wieder das Feld mit der Postleitzahl. Da werden euch alle ordentliche Mitglieder angezeigt und ruft dort an. Das ist unterteilt. Klickt euch da ein bisschen durch. Ihr findet da sehr, sehr viele Informationen. Und ja, ihr kennt uns. Unsere Message ist genau die gleiche, wie gerade der Eddie erzählt hat. Und ja, also wie gesagt, ruft an, schreibt eine E-Mail, kommt irgendwo daher. Die Branche ist nach wie vor mega abgefahren. Und wenn ich jetzt auch mal auf die Elena umschwenken darf, darf sie mal kurz ihren Werdegang erklären. Und ich war eben gerade so ein bisschen baff in diesem kleinen Vorinterview. Da ist ja, ich sage mal, mein Pfeffer mit der Schreinerausbildung und dann mal Bautechniker. Das ist ja dann schon wieder zu profimäßig, was den Abbruch angeht. Aber was die Elena da gemacht hat oder aktuell macht, da seid gespannt. Und ja, die Elena hat das Wort. Ja, ich bin in Kasachstan geboren. Vor 20 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Dann hatte ich mal Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und bis zum kurzen hatte ich als Krankenschwester gearbeitet. Und ich dachte, ja, ich eigentlich habe meinen Job sehr gemocht. Für die Menschen da sein. Und vor dem kurzen, vor vier Jahren war ich zum ersten Mal auf der Baustelle bei der Sprengung dabei. Und seitdem, ich träume ja nur von der Sprengung, weil das ist meine absolute Leidenschaft. Schön. Alles. Die Vorbereitung, die Sprengung sowieso. Und das hat mich wirklich mal hingezogen. Und ich war ja immer wieder ausgeholfen auf der Baustelle. Aber das hat mir wirklich mal immer mehr Interesse und immer mehr, ja, Leidenschaft. Dann hatte ich ja letztes Jahr einen Sprengschein gemacht. Zum Grundschein. Zum Grundschein. Ja, ich bin ein bisschen angeregt. Und ja, jetzt dieses Jahr im Sommer möchte ich mal einen Lehrgang als Bargefahrerin. Möchte ich mal auch bohren lernen auf der Baustelle. Also alles Mögliche, weil das alles mir Spaß macht. Abgefahren. Ja, und nächstes Jahr habe ich vor, nächste Stufe, meinen nächsten Sprengschein machen als Bauwerksprengschein. Das ist schon mal eine höhere Stufe und möchte ich sehr gerne. Okay, da bin ich jetzt der Leier. Also ich weiß jetzt leider nicht, was ist der Grundschein, was ist der erweiterte Schein. Also da müsstest du mir vielleicht oder ihr mal helfen. Welche Stufen gibt es quasi für die Sprengberechtigung? Wie viel Scheine gibt es Elena? Also sind es drei, vier, fünf oder zwei, drei? Also als Sprengberechtigte, ja, früher hieß das Sprengmeister oder Sprengmeisterin. Sprengberechtigte, es gibt ja leider keine Ausbildung. Ausbildung, ich finde das wirklich mal schade, weil das ist richtig mal interessanter Job, ja. Und ja, Ausbildung gibt das nichts, sondern halt so wie Lehrgänge. Erste Stufe, ja, Grundschein, das ist ja erste Stufe. Den hast du? Ja, und das wirklich mal, das war spannend. Das war richtig spannend, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich weiterentwickeln, weil ich wirklich so große Interesse habe und das macht wahnsinnig Spaß. Man muss ja nur einmal bei der Sprengung dabei sein, glaube ich. Ja, leicht zu leben und dann weißt du, ob das deins ist oder nicht. Ja, von meinem Beruf als Krankenschwester bin ich jetzt in eine ganz andere Richtung. Total cool. Obwohl, wie gesagt, mit fast 50 und ich sage ja immer wieder, das ist ja egal, ob das Männer für Frauen, das ist genauso spannende, tolle Beruf. Also ich würde mal nur, alle Frauen, egal welchen Alter. Ja, man sieht es dir an, ja, ja, es macht dir Spaß. Hört mich einladen, weil das ist, das ist Spannendes, das ist wirklich was Tolles. Ja, man muss mal nur einmal erleben vielleicht. Wo hast du deinen, wo hast du deinen, Entschuldigung, wo hast du deinen, deinen Grundschein gemacht? Grundschein habe ich ja gemacht in Bayern, beim Bayerischen Sprengverein. Genau, das war im März 2022. Das dauert ungefähr, welche, welche Dauer darf man da? Das hat zwei Wochen gedauert, das Lehrgang, wie gesagt, eine Ausbildung, was ich sehr schade finde. Lehrgang, zwei Wochen gedauert. Ja, das ist ganz normaler Unterricht, ganzen Tag Unterricht. Und am Schluss war praktisch, ja, natürlich, bevor du dein, das ist ja wichtig, bevor du überhaupt Grundschein, Lehrgang anfängst, du brauchst ja mindestens für Grundschein 25, ja, 50, Entschuldigung, 50, ja, Sprengungen, wo du dabei bist und aushilfst. Du musst schon mal ein bisschen Ahnung hast. Du kannst ja nicht einfach kommen und sagen, ich will ja den Lehrgang machen oder die Entschuldigung machen. Du musst schon mal ein bisschen Ahnung haben. Hat er Ahnung, der Eddy? Hat er Ahnung? Der Eddy hat große Ahnung. Der hat 40 Jahre Erfahrung hinter sich und vor natürlich mal ganz viele, viele Lehrgänge auch, viele Richtungen. Okay, also du musst bei 50 Sprengungen dabei gewesen sein, dass du halt, dass du geholfen hast und dann machst du 14 Tage deinen Lehrgang? Derjenige muss schon ein bisschen Ahnung haben, warum es geht. Ja, nicht nur, oh, ich habe ja Lust und möchte ich sehr gerne. Du musst schon mal 50, bei den 50 Sprengungen dabei sein. Okay. Und dann, wie gesagt, kriegst du die Chancen, zwei Wochen Lehrgang zu machen. Und ja, dann am Schluss praktische Prüfung und schrieblich. Okay, und dann gibt es quasi zu dem Grundschein, sind das so Aufbauseminare? Sonderlehrgänge, ja, in der Form. Und dann kann man das Ganze halt erweitern. Also insgesamt in Summe gibt es zehn verschiedene Lehrgänge. Beginnend einmal von einem Grundlehrgang, da gibt es natürlich dann auch nochmal die Kultursprenglehrgang, dann gibt es Sprengen von Lawinen, Sprengen von Untertage, Unterwasser, Großbohrloch-Sprengen und Sprengen von Bau- und Bauwerksteilen. Also in Summe sind es viele Lehrgänge, die man aber immer wieder aufbauend auf dem sogenannten Grundlehrgang durchführen kann. Ich meine, die Voraussetzungen sind zunächst mal die vorab genannten 50 Sprengungen, die ich halt hier bei einem Sprengunternehmen als Sprenghelfer erwerben kann. Dazu benötigt natürlich auch eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung und noch ein ärztliches Attest und ein Mindestalter halt von 21 Jahren. Ja, das ist leider so, das gibt der Gesetzgeber in der Vor. Als Sprenghelfer kann ich natürlich auch vor den 21 Jahren schon mal tätig werden. Ja, und Appell an alle, Frauen und Männer, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei der vorgenannten Adresse. Ihr seid herzlich willkommen, schnuppert einfach mal rein, schaut euch mal die Tätigkeit an, die ist sehr vielfältig, extrem spannend. Und ich denke, da kann man wirklich eine Menge draus machen und sich vielleicht mal seinen Wunsch verwirklichen, ja, auch vielleicht mal zur Selbstständigkeit. Wir brauchen auch in der Hinsicht immer wieder entsprechende Unternehmer, Jungunternehmer. Wir benötigen auch Sachverständige, das ist also ganz wichtig. Auch hier haben wir einen entsprechenden Mangel und natürlich wie immer und überall Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Leute, die Bock haben, ja. Leute, die einfach Bock haben. Und du bist dann quasi einer, der dem Sprenghelfer die Teilnahme, ich sag mal, bestätigen dürfte, dass quasi diese 50, ich sag mal, Sprengungen, an denen man teilgenommen hat, also das muss ja irgendwo dokumentiert werden. Da kommt dann quasi, also du jetzt in dem Fall bist der Sprengmeister und dann darfst du quasi irgendwie so ein DIN A4-Blatt ausfüllen oder was, weil es muss ja irgendwie nachgewiesen werden. Genau, es gibt einen entsprechenden Nachweis, den sogenannten Sprenghelfer-Nachweis. Rotes Büchlein, das kann man anfordern. Das haben aber die entsprechenden Firmen, da werden die entsprechenden Sprengungen dokumentiert, wo man halt dann an welchen Projekten man teilgenommen hat. Da stehen also dann unter anderem auch noch Angaben drin über die Anzahl der Zünder, über das Sprengverfahren, über die Lademenge, die wir da verwendet haben, was das für ein Objekt war, wenn man das stattgefunden hat und mit diesem Sprenghelfer-Nachweis und der Unbedenklichkeitsbescheinigung, ärztlicher Test, kann man dann bei entweder dem staatlichen Lehrträger in Bayern, in Dresden oder auch in der Sprengschule in Siegen entsprechende Lehrgänge besuchen. Okay. Wo war das genau? Das war in Garmisch. Also da ist gar nichts umgefallen, das war quasi im Tunnel Lockerung, Sprengung. Ja, also das war die erste Sprengung, wo sie da entsprechende Erfahrungen gesammelt hat und sie hat ja dann auch selbstständig Sprengung in Darmstadt, Findlinge, Großsteine eigenständig durchgeführt. Das war nach dem Lehrgang schon, ja, aber das war Tunnel und dann war die Brücke, das war wirklich auch faszinierend. Salzbachtalbrücke beispielsweise, also viele Projekte. Also viele Projekte, ehrlich gesagt, ich muss ja alles überlegen, weil in diesen vergangenen Jahren waren mehrere schon, von Tunnel angefangen und die Brücken und Gebäude und wir haben ja letzte Windkraftanlagen und letzte Woche haben wir einen Kamin gesprengt und gestern waren wir in Baden-Baden wegen Feldsturz. Feldsturz, ja. Feldsturz, ja. Das hört sich, Entschuldigung, Elenda, das hört sich bei euch beiden so geil an. Letztes Wochenende waren wir bei einer Brückensprengung, da waren wir bei einer Feldsprengung. So andere, andere Paare, die erzählen sich was, komm, jetzt haben wir die Oma besucht, jetzt haben wir die Mama besucht, jetzt waren wir in einem Café. Das heißt Leidenschaft. Dann haben wir das weggeballert, das weggeballert, das weggeballert. Wir machen mittlerweile Sprengferien, Blasting-Holidings. Ganz stark, ey. Das ist unsere Art von Urlaub und das ist richtig schön. Gott macht ihr Spaß, ey, Wahnsinn. Ja, das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft und deswegen möchte ich mir so gerne, dass die viele junge Menschen und nicht unbedingt nur Männer, auch die Frauen. Ja, finde ich gut, ey, finde ich richtig cool. Ja, bevor ich es vergesse, also ich möchte wirklich da mal ganz kurz ausholen zu dieser ersten Sprengung, die ich begleiten durfte. Da haben wir ein Kalkwerk in Stromberg abgebrochen. Gibt es ein cooles YouTube-Video dazu, ne? Hat auch der liebe Remy, das war so, ja, mit die Anfänge. Wir hatten vorher schon mal das erste Video, aber das war dann auch so ein bisschen, ja, also wir mussten auf eine Sprengung umschwenken. Eigentlich wollte ich es nicht oder es war nicht der Plan, aber dann sind wir relativ schnell dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir dann doch sprengen sollten. Das war ein bisschen tricky, weil die Bundesstraße, an der wir gesprengt haben, so drei Ringschaftshöfen oder eigentlich fünf, aber drei hätten über die Bundesstraße fallen können, die gleichzeitig Ausweichstrecke war, falls die A61 Richtung Altsai oder auch umgekehrt gesperrt werden sollte aus irgendwelchen Unfallsgründen oder so. Ja, und dann habe ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich an deinen Kontakt gekommen bin, Eddie, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle war die Telefonnummer da, dann haben wir uns da vor Ort getroffen mit meinem lieben Dr. Melser, haben uns das dann angeschaut und wir haben an einem Sonntagvormittag gesprengt. Sonntag früh, Sonntagvormittag und ich weiß noch, ich stand relativ weit gegenüber. Du hattest die Funke in der Hand, habe gesagt, Eddie, wie ist es denn, wie kriege ich denn das Signal mit? Sagt der Philipp, ich zähle einfach zehn, neun und unten der Typ, der Sprengmeister drückt dann schon auf den Knopf. Und Leute, also man kann sich das nicht vorstellen, also man ist wie so ein kleines Kind, man hockt dann da und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als die Öfen dort, ich glaube, die sind über 3000 Tonnen oder was, was wir auf einmal dann umgeschmissen haben. Das machst du nicht jeden Tag und das war so eine wahnsinnige Erfahrung, erzähle ich halt heute noch sehr, sehr gerne drüber. Und witzig, dass wir uns halt heute jetzt zufällig treffen. Ich meine, hier auf der BAM in Stockstadt gibt es noch ein, zwei andere Abbrecher, aber ansonsten sind wir hier, ich sage mal, aus der Abbranche in der Digitalisierungswelt auf dieser Messe unter uns. Ich meine, Netzwerk ist mega, was wir heute schon oder welche Leute wir kennenlernen durften. Und jetzt natürlich, ja, also das war jetzt mal kurz mein ganz kurzer Einblick in meine erste Sprengung. Bis dato hatte ich noch keine weiteren, aber ich kann mir das schon, also ich kann das eins zu eins nachvollziehen, was, also wie es einen dort packt, also wie das vorbereitet wird und diese Spannung, die halt in dieser Luft liegt. Ich meine, das ist bei dir, glaube ich, heute immer noch so. Es ist ja jede Sprengung oder es ist ja nicht jede Sprengung gleich. Und es ist immer wieder, es ist so abgefahren. Also es ist wirklich zum Teil extrem spannend. Also ich kann mich auch noch an meine erste Sprengung erinnern, das ist mittlerweile eben knappe 40 Jahre her, das ist im Allgäu gewesen. Der seinerzeitige Sprengmeister, der hat gesagt, ich kann da viel lernen, ich kann das Bagger fahren lernen, ich kann das Lastwagen fahren lernen. Aber Sprengen, das musst du selber lernen. Er hat mir da einen Sprengkoffer gegeben, also im Endeffekt eine Alukiste. Da sind also die Zündmaschinen drin gewesen, Ladestock, Zange. Und dann hat er gesagt, da im Allgäu ist die Baustelle, fahr da mal hin, da sind Findlinge, große Steine mit 5 Kubikmeter zwischen dem Hotel. Ich bin da hingefahren, habe mir die angeschaut. Dann war ich zuerst bei Baff, habe mir die Steine angeschaut und habe mir gedacht, boah, das sind jetzt die Objekte und die sollst du jetzt da sprengen zwischen dem Hotel. Dann habe ich das zuerst mal abgemessen. Man erinnert sich, was man da vor an Sprengungen gesehen hat. Ja, ungemessen und nochmal gemessen und überlegt, wie viel Ladung man da reinmacht. Gut, irgendwann hat mir die definitive Entscheidung gefällt. Man hat das geladen, also die verschiedenen Findlinge, hat die entsprechend abgedeckt, abgesperrt ist ganz wichtig. Die Absperrposten entsprechend belehrt und hat gesprengt. Und das war wirklich Bilderbuch-Sprengung, die sind wie Zwiebelschalen auseinandergeplatzt. Und dann kam der Baggerfahrer zu mir und hat gesagt, boah, wie viele Jahre sprengst du schon? Dann sage ich, also kein Spaß, das ist bei mir halt die erste Sprengung gewesen, die ich durchgeführt habe. Das kann nicht sein, da war ein Sprengmeister da, der hat davor schon ein paar Jahre gesprengt und da sind die Steine also auf den Bagger geflogen. Dann sage ich, ja, dann habe ich anscheinend mehr Glück gehabt. Nun ja, am Anfang ist sicherlich das eine oder andere Gewändchen Glück dabei. Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit sind wichtige Dinge. Was natürlich diese ganze Sprengung, diese Sprengarbeiten, diese Sprengprojekte extrem spannend macht. Im Vergleich zum statischen Abbruch hat man natürlich, der geht statisch langsam, Etage für Etage vor sich, kann man zuschauen. Beim ersten, beim zweiten Mal hat man das gesehen, dann ist das ein sich wiederholender Vorgang. Beim Sprengen, da hat man wochenlange, teilweise monatelange Vorplanungen und dann kommt der Tag der Entscheidung, wo man das Knöpfchen drückt. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und das ist ein gewisser sozialer Stress und diese Dynamik, die da eben in der Sprengung von dem Bauwerk ist, wo sich also wirklich in Sekundenbruchteilen oder in Sekunden gewisse Konfigurationen einstellen und eben entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Das ist das Ganze, was also diese Situation auch extrem spannend macht. Du hast eben gerade die normale Sprengung und die statische Sprengung angesprochen. Jetzt mal, also wir können uns runter was vorstellen, aber versuch es mal bitte in leidenhaften Worten zu erklären, was da der Unterschied ist. Der Unterschied ist beim statischen Rückbau, dass man den beispielsweise jetzt ein Gebäude Etage für Etage zurückbaut. Also man fängt von oben her an mit Kränen oder auch teilweise mit Backern, baut das Ganze zurück, weil es möglicherweise nicht anders geht, weil halt da im nächsten Umfeld Gebäude sind und der Platz ist zu gering. Wir brauchen immer einen gewissen Platz. Hängt aber natürlich oftmals von den Entscheidungen der Bauherren ab, weil so ein Sprengprojekt, das natürlich dann dynamisch durchgeführt wird, wo sich also wirklich in ein paar Sekunden diese ganzen Dinge dann komprimieren, verdichten und wo das Ganze zu Boden geht, hat natürlich auch seine Vorteile. Ich habe nur einmal eine entsprechende Staubbelastung und ich kann natürlich während der Vorbereitung in so einem Sprengprojekt schon gewisse Dinge, ich kann entkernen, kann das vorbereiten, kann auch Sprenglöcher bohren. Bei einem normalen Abbruch würde man diese Dinge also von oben nach unten beginnen und in dem Zusammenhang kann man natürlich die Entkernung und die Vorbereitung für die Entsprengung parallel laufen lassen und gewinnt dadurch Zeit. Ja, das gibt gewisse Projekte, wo das Sinn macht, aber man kann natürlich nicht alles sprengen. Aber es ist oftmals schon so, das ist auch mal ein Appell an Bauherren, einfach einen gewissen Mut zu fassen, zumindest mal im Vorfeld eine Überprüfung durchzuführen hinsichtlich einer Machbarkeitsstudie und vielleicht eine Erschütterungsprognose, ob man denn dieses Objekt oder Projekt grundsätzlich sprengen kann. Das wird die entsprechende Auswertung ergeben. Das kann eine große Zeitersparnis sein, das kann auch eine Kostenersparnis sein. Es kann im Resultat auch bedeuten, dass es möglicherweise nicht geht zu sprengen. Aber eine ergebnisoffene Überprüfung vorab macht natürlich diesbezüglich schon Sinn, weil es ist ja auch so, wir sehen es ja jetzt aktuell bei den Brücken. Wir müssen schneller werden. Wir haben im Endeffekt 4000 Brücken vor der Brust, die zeitnah abgearbeitet werden müssen, wo ein Totalabbruch ist. Wenn wir hier den klassischen Abbruch auf Rückbau auf Traggerüst machen, dann werden wir niemals in diesen nächsten Jahren diesen Rückbau schaffen von diesen Brücken. Und ich meine, Brücken sind dann nicht mal infrastrukturelle Projekte von entscheidender Bedeutung, weil, wie man ja sieht in der Rahmedetalbrücke, die ja vor kurzem von einem Kollegen sehr meisterhaft gesprengt wurde, da funktioniert es im nächsten Umfeld. Und darum ist es also wichtig, dass wir diese Dinge angehen und auch von den Entscheidungsträgern ergebnisoffen geprüft wird. Also ich höre da schon, ich sage mal, Werbung für die Sprengtätigkeit, was ja auch völlig nachvollziehbar ist aus deiner Sicht. Man braucht natürlich beides, die Wahrheit wird irgendwie, ich sage mal, in der Mitte liegen. Ich vertrete ja beides, den klassischen Rückbau, das Sprengen. Ich meine, man braucht beides, also beides hat doch definitiv seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Gerade was die Brückenbauwerke angeht, ich meine, viele Sachen, die gehen nicht anders oder sollte man so tun, bin ich komplett deiner Meinung, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist es ja auch, denke ich, leider so, selbst wenn jetzt alles gesprengt werden würde, was eventuell gesprengt werden könnte, da fehlt es ja schon wieder an Leuten. Das ist ja Wahnsinn. Und deswegen noch mal der Appell, ob jetzt klassischer Rückbau oder Sprengung, ich meine, wir sehen es an der lieben Elena, was da für ein Funkeln in den Augen ist, wenn es quasi darum geht, Gebäude in die Luft zu sprengen. Also, oder es sind ja nicht immer nur Gebäude, habe ich ja auch kennenlernen dürfen. Ich habe durch dich kennengelernt, es gibt ja wohl auch, ich sage mal, was war das damals auf dem Feld, so eine Art Lockerungssprengungen? Lockerungssprengungen von Feld, Gewinnungssprengungen, also es gibt ja viele, viele Dinge, die gesprengt werden. Noch mal zurück zu dem Thema von dir. Manchmal gibt es auch Maßnahmen, wo man das zweigeteilt oder hybrid macht. Ein Teil davon bricht man konventionell mit Backern beispielsweise ab, ja. Und einen anderen Teil wiederum sprengt man. Man muss da immer auf die Gegebenheiten schauen. Aber für alle Abbruchverfahren gilt zunächst einmal, Sicherheit hat oberste Priorität, ist nicht verhandelbar. Und Sicherheit hat halt auch seinen Preis. Das muss man immer mal wieder sagen. Auch an die Kollegen nochmal ein entsprechender Appell. Bitteschön die Sachen ordentlich kalkulieren. Weil an der Sicherheit dürfen wir nicht sparen. Weil wir haben immer wieder eine große Verantwortung. Und wenn solche Projekte, aus welchen Gründen auch immer, wenn es da vielleicht zu gewissen Versagen kommt, dann werden wir uns immer wieder gemeinsam die Frage stellen müssen, was haben wir gewusst, wäre es vermeidbar gewesen. Und wir lernen natürlich aus den Projekten immer wieder dazu. Bin ich komplett bei dir. Wir schicken unsere Leute morgens raus auf die Baustelle. Wir fahren die in ganz Deutschland, ganz Europa ab. Wir fliegen durch die Welt und gucken uns die Sachen an. Und da ist wirklich ganz wichtig, safety first. Weil so wie unsere Jungs zur Baustelle gehen, sollen die auch wieder abends nach Hause kommen. Ob sie Familie haben oder nicht. Egal wie. Safety first. Und wir sind mal, ich sage mal, die Branche, sie hat ein gewisses Potenzial. Aber ich muss auch wirklich sagen, so in unserer Vergangenheit, wirklich so toi, toi, toi. Die Leute sind so umsichtig. Es gibt so viele Sicherheitsvorkehrungen, die auch zum Glück eingehalten werden. Und jetzt auch quasi bei uns in der Abbruchbranche, die hat auch diverse Abbruchbagger. Die sind jetzt nicht einfach nur ein Bagger, wo eine Scheibe vorne dran ist oder wo die Scheibe offen ist. Da gibt es Abbruchgitter, falls mal einen Steinschlag oder so in die, ich sage mal, Richtung Bagger fliegen sollte. Da ist der Baggerfahrer in dem Bagger geschützt. Also da sind wir wirklich sehr, sehr professionell aufgestellt. Und das ist ja nochmal die Message an alle Leute da draußen, dass wir halt nicht irgendwie Leute sind, die irgendeinen Mist dort in die Luft jagen und, ach Gott, fällt es da links oder nach rechts. Das ist egal. Sondern dass das wirklich sehr, sehr kontrolliert, sehr technologisch oder hochtechnologisch ausgeführt wird. Und ja, also ich bin froh, ihr seid froh, dass wir Teil dieser Abbruchfamiliebranche sind. Und macht riesen Spaß. Du nach 40 Jahren, wenn ich mir das angucke, also ich glaube, wenn du noch drei Leben hättest, du wirst nichts anderes machen. Es ist so, wir bleiben nach wie vor dabei. Und es ist halt auch so, natürlich sind wir auch auf das Verständnis aller beteiligten und unbeteiligten Personen angewiesen, hinsichtlich am Rückbau, hinsichtlich einer möglichen Sprengung. Aber eins ist klar, im Zuge der Transformation der Energiewende, ohne Rückbau, ohne Abbruch, kein Neubau. Das ist zwingend. Wir müssen diese bebauten, versiegelten Flächen, die müssen wir nützen. Wir sind ein kleines Land in Deutschland. Und das, was wir hier haben mit diesen Ressourcen, da müssen wir wirklich schonend umgehen. Ob das jetzt vom Rückbau ist bis hin zum Material, was wir daraus gewinnen, da müssen wir möglichst einen guten Kreislauf machen. Und hier auch nochmal ein Appell an Ministerien und Politiker, bitte schön mit den Praktikern mal an einem Tisch sitzen und nicht diese Dinge immer irgendwo am runden Tisch stehen. Ich sage jetzt einfach mal, Mantelverordnung für die entsprechende Gesetzgebung, die jetzt ab 1.8. dieses Jahres in Kraft tritt. Bitte nehmt uns ins Boot mit. Wir haben gute Erfahrungen, die wollen wir einfließen lassen. Wir wollen die ganzen Dinge ja schließlich und letztendlich besser machen. Und da ist es schon wichtig, dass wir als Ausführende, als Praktiker mit am Tisch sitzen und unsere Erfahrungen und Empfehlungen mit weitergeben. Also dazu abschließen, wenn sich da irgendjemand angesprochen fühlen sollte, ich hoffe doch oder wir hoffen es, bitte melden. Wir können uns auch gerne hier oder irgendwo anders hinsetzen und dann quasi darüber diskutieren, das in die Welt nach draußen tragen, gemeinsame Lösungen finden. Weil ich glaube, wir finden ja alle quasi nichts ist schlimmer, als wenn jeder immer noch rumjammert und nichts macht und bla, sondern du musst die Sachen halt mal anpacken. Und ich sage mal, ja, wie habe ich mal gehört, Leute, die quatschen, haben wir genug. Leute, die handeln brauchen wir. Die Macher. Genau, die Macher, die brauchst du. Und ich meine, klar, so ein politisches Rad, das kannst du nicht, kannst du schwer nach vorne drehen oder nach hinten drehen oder anhalten. Aber die Möglichkeit, wenn die Leute da sind, motiviert sind. Also wir sind dazu bereit. Wir sind wirklich Leute von der Praxis. Und ja, also wie gesagt, wenn sich da jemand angesprochen fühlen sollte, bitte melden. Gerne über den Deutschen Abbruchverband, über die Geschäftsstelle in Köln. Und dann, ja, sind wir sehr gerne bereit, da einen Dialog zu führen, um lösungsorientierte, ich sage mal, Vorschläge zu präsentieren oder auszuarbeiten. Und da würde ich gerne zum Abschluss nochmal, ich sage mal, nochmal deine motivierenden Worte, Elena, an die Abbruchwelt da draußen geben. Hast du jetzt schon des Öfteren getan, aber ich kann es nicht oft genug hören. Ich denke, die Welt da draußen auch nicht. Und da bitte ich dich jetzt um dein Schlussfazit in deiner neuen Arbeitswelt. Ja, das hast du wirklich gut gesagt, neues Arbeitsfeld, weil, ja, ich glaube, wenn ich im nächsten Leben, würde ich mal direkt nach der Schule diese Ausbildung lernen. Das ist wirklich, also Sprengberechtigste und allgemein Abbruch, das ist ja wirklich spannendes, richtig toller Beruf. Sprengend vor allem, weil ich liebe es. Und ich würde mal alle junge Leute, vor allem auch Frauen, dazu motivieren, aber schnuppern erstmal. Und, ja, diesen tollen Job zu erlernen, weil das wirklich Spaß macht. Schön. Toll gesagt. Eddie, du, hast du noch einen Appell? Lasst uns alle zusammenarbeiten, ja. Zusammen bewegen wir mehr. Aber wir müssen auch die Möglichkeit haben, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen, ja. Ja, wir sind bereit dazu, gebt uns die Hand, wir schlagen drauf ein und dann denke ich, können wir auch in Deutschland wirklich wieder das erreichen, was wir schon mal waren. Weil wir sind momentan wirklich dabei, Wohlstand unnötigerweise zu verlieren, ja. Wir können das noch, was wir gelernt haben. Aber wir müssen uns einmal wieder auf grundsätzliche Dinge besinnen und da geht es auch mal darum, dass man gewisse Verwaltungsvorschriften vielleicht mal wieder reduziert und diese Dinge einmal auf das Wesentliche reduziert. Weil teilweise ist es ja so, dass die Hauptsache zur Nebensache erklärt wird. Also lasst uns miteinander voranschreiten. Wir können das wieder schaffen, was wir schon erreicht haben. Sehr schön gesagt. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viele erfolgreiche Wochenenden mit viel Sprengstoff in der Hand, ne. Viel Spaß. Guten Tag. Vielleicht mit so einem Körbchen, mit einer Apfel und einem Säcke oder aber auch keine Ahnung. Wenn ihr mal die nächste Windmühle weghaut oder die nächste Brücke, ja, stelle ich mir echt gut vor, ihr beiden, ja. Habt viel Spaß. Vielen Dank für das nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. So kann es weitergehen. Freut mich. Danke. Wie sagt man bei euch? Vierte, ne? Vierte, genau. Oder gut Tschüss. Oder gut Tschüss, genau. Bis zum nächsten Mal. Danke. Zum nächsten Mal. Danke auch. Also. Dann mal. Tschüss. Tschüss. っぱed.